Hallo miteinander zu einem neuen Informationsvideo auf diesem Kanal und das mal ist es ein Video, das der Name Informationsvideo auch redlich verdient hat. Seit einem halben Jahr ist auf meinem Kanal nichts mehr passiert und in den nächsten paar Minuten möchte ich a darauf eingehen, warum da so lange nichts mehr passiert ist, b was mit den bisherigen Projekten passiert, die da noch so gelaufen sind und vielleicht pausiert oder wie auch immer und c was euch künftig da auf dem Kanal erwarten wird. Das Video richtet sich vor allem an die, die es jetzt nämlich anschauen, weil die gehören jetzt wohl schon zu meinen Abonnenten, andere werden das Video wohl kaum finden und möchten natürlich wissen, was es so lange war und was es künftig da noch kommt, ob es sich da überhaupt noch lohnt, mich noch weiterhin abonnieren zu halten. Ich hoffe, ich langweile euch da nicht allzu sehr, wenn ihr irgendwelche Informationen habt, nur was künftig kommt, dann geht es jetzt halt ein paar Minuten, bis die Informationen kommen. Weil zuerst möchte ich noch kurz darauf eingehen, warum so lange kein Video mehr gekommen ist. Am 3. April ist mein letzter Video online gegangen, aufgehört aufnehmen habe ich schon ein bisschen vorher, weil einfach bis am 3. April haben meine Videos noch gelangt, das ist jetzt fast genau ein halbes Jahr her und in dieser Zeit hat mir einfach ein bisschen die Motivation gefehlt, wo mir verloren gegangen ist, durch den mir selber auferlegte Druck permanent Videos zu machen, dass immer wieder etwas auf dem Kanal passiert. Ja, wenn man irgendwie nur einen Wochentag Zeit hat, richtig zum Aufnahmen zu machen, oder sich halt einfach vor allem einen Tag Zeit nimmt, zum Aufnahmen zu machen, dann hat man etwa 2-3 Stunden, die es braucht, um die Aufnahmen zu machen, bloß nachher halt schneiden und es nachbearbeiten, wobei ich dann dort meistens nebenher irgendwie am Fernsehen schauen bin oder sonst irgendetwas machen bin oder selber auf YouTube am Videos anschauen. Das heisst, dort fliesst nicht allzu viel Zeit hinein, weil ich produziere meine Videos ja so, dass es praktisch keinen Nachbearbeitungsaufwand gibt, sondern halt einfach nur An- und Abmoderation in die einzelnen Zwischenparts reinhauen und mehr Zwischenarbeit ist es nicht mehr. Aber trotzdem, es braucht halt auch immer noch seine Zeit. Und wenn man das halt nur an einem Tag in der Woche macht, kommt man nur genau so viel zu machen, dass es wieder für eine Woche langt, oder vielleicht 2-3 Tage mehr. Und irgendwann ist man so in einem Trott drin, dass man es mehr nur noch muss und nicht mehr will. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt her, wo man sagt, dann kommt man jetzt mal eine Woche nichts. Aus einer Woche werden schnell 2, dann 3, 4. Ja, jetzt ist es ein halbes Jahr geworden. Was natürlich viel zu lange ist, was auch mir persönlich nicht so passt, aber man kann es auch als lange, lange Sommerpause nachschauen. Wobei der Sommer ist ja nicht so gut gewesen, dass sich das als Sommerpause definieren lässt, wenn man von Anfang April bis Anfang Oktober kein Video mehr macht. Aber das ist jetzt auch vollkommen egal. Ich habe ein neues Konzept, das kommt dann als letztes in dem Video hier noch erwähnt. Zuerst gehe ich jetzt noch auf die angefangenen Projekte ein, wo das verhindern soll, dass die Motivation fehlt. Weil mit einem neuen Konzept kann es nämlich auch mal sein, dass eine Woche lang kein Video kommt. Aber das ist dann genau Teil vom Konzept. Und ich hoffe, das neue Konzept wird von euch eben so freudig angeschaut wie von mir selber auch. Weil was man natürlich klar sehen muss, ich habe mich nicht nur qualitativ, nicht mit einem YouTuber, egal wer, nennen es keinen Namen. Ähm, vergleiche es natürlich auch vom Zeit... ähm... Kontingent, wo ich zur Verfügung habe, um so Videos zu machen. Ich habe natürlich nebst meinem Job natürlich sehr, sehr wenig Zeit, um noch so etwas zu machen, weil meine Freizeit natürlich auch durch andere private Sachen entdeckt sind, und ich nicht einfach nur jede freie Minute ins Gamen stecken kann. Und natürlich, abgesehen vom Let's Play, habe ich auch noch ganz gerne gewisse Sachen gamen, die ich dann aber nicht aufnehmen will, weil es keinen Sinn macht, um aufzunehmen. Oder wie auch immer. So. Genug geredet, warum die Pause und so weiter und so fort. Die alten Projekte von mir. Weil ich quasi jetzt nicht gerne eine neue Launch vom Kanal machen, sondern einfach jetzt quasi wie einen Schnittpunkt setzen, bedeutet das, dass praktisch alles, was bisher war, ist vorbei. Das betrifft nicht das Mario Kart Let's Play. Das werde ich weitermachen. Und es betrifft auch nicht das Forza Horizon Let's Play. Weil, wie gesagt, dort haben die letzten Folgen schon aufgenommen, haben die jetzt noch mit A- und Ab-Moderation nachvertont geschnitten und so weiter und so fort. Die werde ich dann aufladen und das werden auch die ersten Videos sein, die dann quasi beim grossen Launch quasi wieder vom Kanal, wo übrigens der Sonntag sein wird. Der Sonntag kommt das erste Forza Horizon Video wieder online. Und mit dem geht's dann los. Und... Nachher werden dann natürlich neue Projekte folgen, aber die alten Projekte, seien das Far Cry 4, NHL 17, die ziemlich rückartig geendet hat, oder auch Sims 3, wo, zugegebenermaßen, das ist jetzt schon relativ lange pausiert, aber gegen das Sims 3 oder auch ein altes Minecraft Let's Play, ich kann die ja nicht mehr weitermachen, weil der PC, wo ich dort das Zeug drauf hatte, der hat sich mittlerweile verabschiedet. In der Zeit jetzt da, wo meine Pause war, hat sich der PC verabschiedet und ich kann die ja gar nicht mehr weitermachen, weil ich die Spielstände nicht mehr habe. Ob ich vielleicht mal noch das Sims 4 Let's Play mal, oder das Sims 3 Let's Play nochmal neu lanciere, weiss ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Das kann durchaus sein. Ich mache nämlich genau das, worauf ich Lust habe. und wenn es sich dazu eignet, um es aufzunehmen, werde ich es aufnehmen, bearbeiten, aufladen, gar kein Thema, aber die alten Sachen kann ich leider nicht mehr fortsetzen. Und darum, Mario Kart 8 und Forza Horizon, die werden weiterhin kommen, aber alles andere ist begraben und wird ersetzt durch neue Sachen. Und damit kommen wir jetzt zum spannendsten Teil von dem Video, mein neues Konzept. Ich habe mir überlegt, ich katalogisiere alle Games, die ich so spiele, und alle Games, die es überhaupt gibt, in 5 Kategorien für meinen Kanal. Die beiden einfachsten Kanäle sind die Kanäle, die bisher auch schon die meisten Videos bei mir auf dem Kanal bekommen. Das ist einerseits Sport, dort ist halt ein NHL zum Beispiel drin, FIFA, kann dort natürlich auch drin vorkommen, FIFA ist jetzt auch gleich veröffentlicht worden, das neueste, aber auch ein Fussballmanager kann unter Umständen dort kommen. Habe ich eigentlich schon lange mal vorgekommen, vom Fussballmanager das Let's Play zu machen, bin aber bisher nie dazu gekommen und ich hoffe, das wird sich künftig ändern. Dann kommt es vielleicht auch mal so etwas, aber natürlich auch alle anderen Sportspiele, die es noch gibt, könnten theoretisch dort kommen. In erster Linie wird es sich aber vor allem auf NHL begrenzen, wie bis jetzt auch schon, und hier und da vielleicht mal ein FIFA Video und das wäre dann mal der Sportteil. Dann wird es einen Rennspielabschnitt geben, dort jetzt natürlich in erster Linie mal noch Forza Horizon, denn, wenn ich neue Parts wieder aufgenommen habe, natürlich auch Mario Kart 8, wo ja noch weitergehen wird mit meinen Olympiaden, die ich da gestartet habe und wenn dann das Forza Horizon durch ist, sind ja nur noch ein paar wenige Parts, wird es natürlich dann auch mit Forza Horizon 2 weitergehen und irgendwann dann auch noch das 3, das habe ich ja schon länger so geplant, aber es können natürlich auch noch andere Sachen dazwischen rein kommen, weil bei diesen beiden Slots, nenne ich sie jetzt einfach mal Sport und Rennspiel, da ist überhaupt nichts vordefiniert, wie viel pro Woche jetzt in den einzelnen Slots kommen. Was einfach ist, pro Slot kommt sicher nie mehr als ein Video am Tag. Also es wird es nicht geben auf meinem Kanal, dass beispielsweise Forza und Mario Kart am gleichen Tag kommen, es wird es auch nicht geben, dass NHL und FIFA am gleichen Tag kommen, aber es kann vorkommen, dass zum Beispiel NHL und Forza am gleichen Tag ein Video präsentiert kriegen. Und dann gibt es natürlich noch die 3 anderen Slots, was die maximale Menge auf 5 Videos am Tag bringen würde, aber ich bin mir ziemlich sicher, daher habe ich nicht so viel Zeit, es wird nie 5 Videos an einem Tag geben. Die Katalogisierung von den einzelnen Videos ist eigentlich mehr dafür gedacht für mich, dass ich einfach ein bisschen eine fliessende Struktur habe, die aber trotzdem immer noch eine gewisse Systemhaftigkeit dahinter besteht. Die anderen drei Abschnitte sind einerseits Storygames. Storygames hat es bei mir auf dem Kanal noch nicht allzu viel gegeben, die ich auch wirklich abgeschlossen habe. Ich bin nicht einmal sicher, ob das Bioshock Infinite nicht sogar das einzige Storygame ist, das ich wirklich abgeschlossen habe. Klar, Need for Speed ist auch eine Story dahinter gewesen, aber das ist ein Rennspiel. Und ich glaube, alle anderen habe ich abgebrochen. Ich habe Far Cry abgebrochen, ich habe den South Park nicht fertig gemacht, glaube ich zumindest. Ich bin gar nicht mehr sicher, es ist schon so lange her. Und ich habe auch das Assassin's Creed Mangelsinteresse abgebrochen, weil dort hat wirklich gar niemand das Video angeschaut. Und darum möchte ich aber schon auch hin und da vielleicht mal ein Storygame machen. Dieser Slot ist aber tendenziell der, der praktisch permanent leer bleibt, weil einfach dort halt nichts kommt. Und wo auch der Grund ist, warum es vermutlich meistens nicht mehr als 4 Videos gibt, wenn ich aber ein Storygame mache, dann soll das Game kein anderes Game tangieren, weil dann möchte ich es ja auch in einigermassen sinnvoller Zeit durchbringen und dann wäre es nicht schlecht, wenn vielleicht sogar jeden Tag ein Video davon kommt. Und darum, Storygames haben einen eigenen Slot. Ebenfalls einen eigenen Slot kriegen bei mir Multiplayer-Sachen. Multiplayer-Sachen meine ich natürlich in erster Linie vor allem so Call of Duty, Battlefield oder auch Rainbow Six zum Beispiel. Und die Multiplayer-Sachen können in drei Arten auf meinem Kanal kommen. Einerseits, ich nehme praktisch alles auf, was ich in diesen Games so spielen. Multiplayer halt, wenn ich online unterwegs bin, aber natürlich nicht in FIFA oder NHL oder Forza oder so irgendetwas. Rennspiel und Sportspiel sind da komplett aussen Folgen. Da geht es nur um die restlichen Multiplayer-Spiele. Sei das jetzt ein Shooter, sei das vielleicht sogar einmal, was durchaus kommen könnte, einmal irgendwie so ein Golf with Friends oder so irgendetwas. Kann durchaus kommen durch das Minigolf-Spiel, falls es einer oder andere von euch kennt. Das kann durchaus auch mal kommen. Einfach alles, was zusammengespielt wird. Egal ob ich jetzt allein spiele gegen Fremde oder ob ich auch Leute, die ich kenne, mit mir zusammenspiele und die vielleicht sogar im Video zu hören sind. Das gibt es alles. Das sind drei verschiedene Abschnitte, die da rein kommen. Einerseits, wenn ich alleine spiele und wirklich gleich live dazu kommentieren, ist die eine Variante, die da rein kommen kann. Es Together, wenn irgendjemand anders mit mir mitspielt und die Person dann auch zu hören ist, kann da rein kommen. Oder es gibt noch Variante 3, die Commentaries. Es gibt vielleicht zum Teil dann auch einmal so, dass ich auf den ganzen Sachen, die ich aufgenommen habe, dass ich da irgendetwas raus schnibble, irgendwelche Highlights zusammenstelle und die dann einfach ein wenig kommentieren. Oder aber vielleicht auch zu irgendeinem aktuellen Thema mal irgendetwas zu sagen habe, kann durchaus auch sein, dass das dann in dem Multiplayer-Slot drin landet. Dass ich dann einfach irgendein Gameplay nehme, das ich irgendwann einmal zusammengespielt habe und das dann dort schlussendlich so veröffentliche. Der fünfte Slot und der damit letzte Slot, den es noch gibt, das ist einfach der Slot, wo alles Zeug reinkommt, wo in die anderen Kategorien nicht reinpasst. Auf meinen Kanal bezogen könnte das jetzt beispielsweise Sims sein oder Minecraft oder auch Landwirtschaftssimulator, wo es schon auf meinem Kanal gegeben hat. Das wären alles so Spiele, die dann in dem Slot drin wären, weil es halt einfach in die anderen Kategorien nicht reinpasst. Auch Strategiespiele könnten da durchaus mal kommen. Ich habe mir zuerst schon überlegt, ich könnte auch den Fussballmanager als Strategiespiel anschauen und nicht als Sportspiel. Aber ich bin dann zum Schluss gekommen, nein, Fussballmanager ist ein Sportspiel und ich will nicht unbedingt, dass dann irgendwann dann einfach mal vielleicht sogar zeitlang nur Sportsachen auf meinem Kanal kommen. Und dann dazu noch zwei Videos am Tag oder sogar drei Videos, wenn wir Rennspiele jetzt auch zu Sport zählen. Darum habe ich mich darauf beschränkt, dass in dem diversen Slot sind wirklich nur Spiele, wo nichts mit Sport zu tun haben, wo nichts mit Rennspielen zu tun haben, wo keine Multiplayer-Action ist und wo auch keine Story im eigentlichen Sinn vorkommt. Das landet alles im letzten Slot. Und das ist so grob das Konzept vom Kanal. Es gibt einfach die fünf Slots, maximal fünf Videos an einem Tag. Aber völlig frei, ob vielleicht sogar mal an einem Tag gar kein Video kommt. Mein Ziel wäre natürlich schon, dass ich jede Woche zumindest ein Video pro Tag herkriege. Aber wie gesagt, ich lasse mich nicht mehr stressen. Und wenn ich halt mal nicht dazukomme zum Aufnehmen, das ist dann gerade auch wieder im Dezember durchaus möglich, dass das passieren kann, weil ich dann einfach halt beruflich sehr, sehr eingespannt bin. Aber das werden wir alles noch sehen. Eine weitere Neuigkeit gibt es aber auch noch zu diesem Kanal jetzt zum Abschluss zu sagen, weil eine gewisse Struktur braucht es natürlich schon. Ich kann nicht einfach sagen, ja, ja, vielleicht kommt dann dort ein Video, vielleicht kommt dann dort ein Video. Ich werde künftig, voraussichtlich immer am Sonntag, ein Video machen, wo einerseits auf die Kommentare eingegangen wird, die sich in der letzten Woche angesammelt haben. Falls es Kommentare gibt. Ich habe schon mehrere Wochen gehabt, wo gar niemand einen Kommentar hinterlassen hat, wo ich überhaupt etwas dazu antworten muss. Und dann werde ich auch nicht darauf eingehen. Ich werde künftig auch vermutlich auf die Kommentare eingehen, obwohl ich schon auf den Kommentar selber etwas dazu geantwortet habe, ich habe schon geschrieben, werde ich trotzdem auch in diesen Part hineinpacken. Was dort sonst aber noch drin ist in diesem Part, in diesem Vorschau-Video, nämlich wird einfach zu sehen sein, was in der folgenden Woche alles veröffentlicht wird. Das heisst, ich gehe am Sonntagabend her, schaue, was habe ich für Videos bereit, die ich aufladen kann, erstelle dann ein kurzes Video, nicht so langes wie das Informationsvideo da, das wird vielleicht zwei, drei Minuten relativ kompakt sein, wo man einfach sieht, das, 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 das und das wird kommen. Und dann seht ihr gerade schon, was in der künftigen Woche alles ansteht. Dann seht ihr auch schon gerade, auf was ihr euch freuen könnt oder über was ihr euch ärgern müsst. Aber es wird dann halt nicht mehr so sein, dass jetzt irgendwie eben auf meinem Kanal irgendwie jetzt wirklich jeden Tag Videos kommen. Das kann ich gerade jetzt schon sagen, dass das nicht mehr passieren wird. Es sei denn, ich habe halt viel Zeit, dann kann das schon mal ein Blog sein, wo das kommt. Ihr werdet das alles sehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von meinem neuen Konzept haltet. Ihr könnt natürlich auch einfach nur Daumen hoch, Daumen runter für gut oder für schlecht. Wobei bei Daumen runter wäre ich natürlich sehr, sehr froh, wenn ihr dann dazu schreibt, warum ihr das Konzept schlecht findet. Weil nur mit einem Daumen runter kann ich natürlich gar nichts anfangen, außer dass ich weiss, okay, es passt dem nicht. Dann wäre aber auch schön, wenn vielleicht sogar Verbesserungsvorschläge kommen, was ihr vielleicht noch einbauen könnt, wenn ihr es sonst noch machen könnt. Ansonsten lasst euch überraschen, wie es mit den Videos dann losgehen wird. Wie gesagt, am Sonntag, am 1. Oktober wird das erste Forza Horizon Video, das ich noch aufgenommen hatte, veröffentlicht werden. Und wie es dann in der Woche danach aussieht, was dann dort kommt, werde ich sehr wahrscheinlich dann eben in einem kleinen Infovideo am Sonntagabend raushauen. Es wird in den ersten paar Wochen noch ein bisschen ruhiger zu anhergehen. Es wird sicher ein NHL Let's Play kommen. Das kann ich jetzt schon versprechen, da habe ich schon gewisse Sachen aufgenommen. Und was sonst daneben noch alles so kommen wird, ihr werdet es sehen. Ich hoffe, ihr bleibt ein wenig am Ball. Ich hoffe, ihr gehört weiterhin zu meinen Abonnenten. Oder wenn es noch nicht sind, werdet ihr es jetzt. Und bis bald. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss.